FC Bayern, verbunden mit dem Erfolg wie München mit den Alpen, wie Beckenbauer mit der Nummer 5, wie Müller mit dem Tore schießen. Das ist aber nur der Anfang, denn beim FC Bayern bedeutet Erfolg mehr. Der FC Bayern steht für ein Miteinander und für Vielfalt. Unsere Mitglieder sind nicht nur eine starke Basis, sie sind ein Gefühl von Zugehörigkeit. Unsere Fans folgen uns nicht nur, sie teilen unsere Leidenschaft. Unsere Geschichte ist nicht nur ein schöner Rückblick. Sie treibt uns an, als unabhängiger Verein voranzugehen. Bayern München muss immer Bayern München bleiben. Unsere Fans motivieren uns immer und überall unser Bestes zu geben. Deshalb engagieren wir uns und geben immer etwas zurück. Wir sind ein Team, ein Club, eine Gemeinschaft. Tief verwurzelt in Bayern. Servus, gewissheit mit den anderen. Bringen wir Fans auf der ganzen Welt zusammen, denn bei uns sind alle willkommen, die unsere Werte leben. Wir inspirieren nicht nur durch Vorbilder. Klar, wir haben Legenden und Idole. Was uns aber wirklich stark macht, ist unsere Geschlossenheit. Keiner wird alleine erfolgreich sein. Wir stehen zusammen, wenn es läuft und vor allem, wenn wir mal am Boden sind. Weil wir glauben, dass wir alles erreichen können, wenn wir eins sind und bleiben. Ich bin einer von euch und ich werde immer einer von euch bleiben. Beim FC Bayern sind alle mit dem Herzen dabei. Auf dem Platz und darüber hinaus. Weil der Club einfach eine Herzensangelegenheit für uns ist. Größer als eine einzelne Person, eine Mannschaft oder ein Sport. Wenn es also nur laut wird, dann ist es nur ein Zeichen für unsere Leidenschaft. Wir wollen unserem Weg treu bleiben und dadurch andere inspirieren, sich uns anzuschließen. Das macht Erfolg für uns aus. Damals, heute und für immer. Mir san mir.